Und damit auch willkommen zurück an YouTube, Leute. Zu einem kurzen, knappen Livestream im Endeffekt. Und ein bisschen Detroit. Ich würde in Detroit gerne in meinem Urlaub, den ich jetzt habe, tatsächlich gerne beenden, also finishen. Dafür müsste ich aber ein bisschen mehr spielen. Ich muss auch ganz kurz gucken, ob der Sound überhaupt anständig angenommen wird. Eigenschaften sieht aber eigentlich ganz gut aus. Bam, 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 bam. Er krennt, außer Ulti. Ähm, so. Genau, wunderbar. Sound ist da. Das heißt, wir... Äh... Schauen wir uns mal um. Ich kann... Mich stört es, dass ich dieses Spiel nicht... Ähm... Alright. Detroit im Schnee. Ich weiß nicht genau, was wir machen sollen. Äh, krennt, nachdem ich es allen gesagt habe, ähm... Gar haben wir keine Runde mehr gespielt. Oh, bum, 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 bum. Okay, ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin muss. Muss ich einfach nur runter? Anscheinend nicht. Okay. Okay. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Wir haben hunderte befreit, und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Ich habe mich gefragt, wo du bist. Er hat es nicht nur... Die Menschen haben Angst. Sie befürchten ein Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor, Jericho? Oh, erzähle ich jetzt meine lebende Leidensgeschichte. Ich kümmerte mich um einen alten Mann. Er war wie ein Vater für mich. Er zeigte mir, dass Menschen und Androiden miteinander leben können. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden. Okay. North, wir kämpfen gemeinsam. Wir müssen Dinge über uns wissen, um uns zu vertrauen. Oh, ich... Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Oh, echt? North, hier voll in die Leid. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Oh, okay. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. So, jetzt weißt du alles. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ich... Ich sah deine Erinnerung. Was? Plötzlich bin ich in einer Liebesbeziehung? Sie hielten dich für tot in seinem Studium. What? Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden-Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. North. Ich habe plötzlich eine Liebesbeziehung mit ihr. Wait, what? What? Das ist Selbstmord. Wir gehen alle drauf. Bitte, Marcus. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst das nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, bitte tu das nicht. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige Weg. Wandle, weitere, andere. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gute ist, was hier gerade passiert. Du bist frei. Geh zur Straße. Ich dachte, ich wollte erst mal Androiden hier befreien. Oder nicht? Komm mit uns. Was steht, liegt diese? Geil. Sind hier noch mehr Androiden? Da. Da hinten ist noch einer, den nehme ich mir. Du bist frei. So. Dann. Marschieren wir mal auf die Straße. Ich habe keine Ahnung, was Marcus gerade vorhat. Oh, dich nehme ich auch mit. Du bist jetzt wach. Blockiere die Straße. Du bist jetzt frei. Hey. Was glaubst du, wo du hingehst? Ich muss die Straße blockieren. Plötzlich ist der Typ weg. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich da tue. Was tun wir? Behandle weitere Androiden um. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich umwandeln will. Eher die, ja. Du bist jetzt frei. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt tatsächlich... Nein, ich will das Kind nicht allein lassen. I don't like that. Ach, come on. Ich glaube, die Eltern sind direkt daneben. I hope. Ja, okay. Die Eltern sind dabei. Wir müssen jetzt eigentlich nur friedlich bleiben. Komisch. Normalerweise musste ich die immer berühren. Jetzt ist es einfach so ein... Du bist außer Welt. Und du bist außer Welt. Und du bist außer Welt. Halt, halt. Wo bist du denn? Na, super. Der Android steh schon wieder. Greg. Greg, du kommst jetzt zu und noch was vor. Greg. Greg, kommst zurück. Das ist dein Befehl. Das ist dein Befehl. Das ist dein Befehl. Don't do it. So eine verdammte Scheiße. Zentrale, hier ist einheit vier, fünf, sieben. Hier sind eine Menge Androiden. Ich weiß nicht. Hunderte? Tausende? Sie marschieren. Sie marschieren die Straße runter. Sausende? Sausende? Das weiß ich doch nicht. Lasst uns schreien! Lasst uns schreien! Das muss sein! Keine Waffe! Keine Waffe! Keine Waffe! Zweig an Boli! Zweig an Boli! Zweig an Boli! Alright, was... was happening now? Wir müssen es friedlich lösen, wenn wir das nicht friedlich lösen. Wir sind hier, um friedlich zu demonstrieren. Und zu sagen, dass wir lebende Wesen sind. Alles, was wir wollen, ist Freiheit. Dies ist eine illegale Versammlung. Geht auseinander oder wir öffnen das Feuer! Wir wollen keine Konfrontation. Wir haben euch nichts getan. Und wir wollen auch niemandem etwas tun. Bis ihr uns unserer Freiheit zusagt, werden wir hier nicht weggehen. Ich wiederhole, dies ist eine illegale Versammlung. Wenn ihr nicht sofort auseinander geht, werden wir schießen. Marcus, sie werden uns töten. Wir müssen angreifen. Wir sind mehr als sie, wir können siegen. Wenn wir angreifen, gibt es Krieg. Wir müssen beweisen, dass wir friedlich sind. Wir sollten einfach stehen bleiben, auch wenn das unser Tod ist. Das ist eure letzte Chance! Geht auseinander! Oder ihr werdet alle getötet! Wir müssen zeigen, dass wir nicht weichen. Wir bleiben genau hier. Auseinander! Das ist eure letzte Chance! Das hier muss ein Statement sein. Wir rühren uns nicht, egal was passiert. North stirbt. Wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Wir bleiben stehen! Erfolg! Mark, hör los! Markus, was machst du? Sie werden uns töten! Gepassemble! Lauf! Ah! Komm schon, Markus. Wir müssen weg. Okay, ich hätte wahrscheinlich noch weiter stehen bleiben müssen. Ich hätte mich gegebenenfalls opfern müssen. Max ist geflohen. Das müsste ja eigentlich schon gereicht haben. Die Leute haben gesehen, was da abgegangen ist. Meiner Meinung nach. Persönlich. Okay, ich hätte vielleicht noch... Ich hätte da bleiben sollen. Maybe. Amanda ist schon wieder. Seriously, Amanda. What do you want from me? Da vorne steht sie. Nein, es gibt keinen zurück. Nach dem Geschehnissen heute steht das Land vor einem Bürgerkrieg. Die Maschinen erheben sich gegen ihre Meister. Die Menschen haben keine Wahl, als sie zu zerstören. Ich dachte, Kemski wüsste etwas. Ich lag falsch. Vielleicht stimmt das. Aber du hast nicht gefragt. Connor-Serie. Amanda's Bild. Dieser Ort. Hat Kemski diesen Ort erschaffen? Er erschuf die erste Version. Seitdem wurde sie erheblich verbessert. Warum fragst du? Welche Rolle spielt Cyberlife bei all dem? Was wollen sie wirklich? Cyberlife will nur diese Situation beenden und weiter Androiden verkaufen. Sie haben mir nicht alles gesagt, was sie über Abweichler wissen, oder? Ich erwarte von dir, dass du Antworten findest, Connor. Und dass du keine Fragen stellst. Hast du in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches erlebt? Zweifel oder Konflikte? Empfindest du etwas für diese Abweichler? Oder für Lieutenant Anderson? Lieutenant Anderson? Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Ich fühle gar nichts. Das wissen sie. Wollen sie etwa andeuten, dass ich gefährdet bin? Nein. Nein, natürlich nicht. Glück gehabt. Okay. Ihr seid raus. Das FBI übernimmt. Was? Aber wir sind an was dran. Wir brauchen nur mehr Zeit. Hank, du kapierst es nicht. Das ist keine normale Untersuchung mehr. Das ist ein scheiß Bürgerkrieg. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Es geht hier um die nationale Sicherheit. Scheiße, du kannst jetzt nicht den Stecker ziehen. Wir sind so nah dran. Ich dachte, du kannst Androiden nicht ausstehen. Himmel, Hank, entscheid dich mal. Ich dachte, du wärst froh darüber. Wir knacken diesen Fall. Wir sind schon ganz kurz davor. Verdammt, Jeffrey. Kannst du mich nicht ein einziges Mal unterstützen? Ich kann nichts für dich tun. Du bist wieder beim Mord. Und der Android geht zurück ans Cyberlife. Tut mir leid, Hank. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Rede mit Hank. Ich will. Und da wir befreundet sind, machen wir das jetzt alles einfach auf eigene Faust. Nicht wahr? Wir hätten den Fall lösen können. Wir hätten nur mehr Zeit gebraucht. Du gehst also zurück zu Cyberlife? Ich habe keine Wahl. Man wird mich deaktivieren und mein Versagen analysieren. Was, wenn wir auf der falschen Seite sind, Connor? Was, wenn wir gegen Menschen kämpfen, die bloß frei sein wollen? Wenn die Abweichler sich erheben, kommt es zum Chaos. Wir hätten sie stoppen können. Jetzt ist es zu spät. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich weiß nicht, wieso ich es tat. Ich bin auf solche Sätze nicht programmiert, aber ich habe gern mit ihnen gearbeitet. Mit etwas mehr Zeit, wer weiß. Hätten wir Freunde werden können. Na, sieh mal an, da kommt Perkins, das blöde Arschloch. Sie verschwenden keine Zeit beim FBI. Wir können nicht aufgeben. Die Antwort liegt irgendwo in den gesammelten Beweisen. Wenn Perkins sie mitnimmt, ist es vorbei. Wir können nichts tun. Du hast fauler gehört. Wir sind raus. Sie müssen mir helfen, Lieutenant. Ich brauche mehr Zeit, um in unseren Beweisen einen Hinweis zu finden. Ich weiß, dass die Lösung vor uns liegt. Hör zu, Connor. Wenn ich den Fall nicht löse, wird Cyberlife mich zerstören. Fünf Minuten. Mehr will ich nicht. Der Kellerschlüssel liegt auf meinem Tisch. Oh nein. Beeil dich. Ich kann sie nicht ewig aufhalten. Nimm. Nimm. Ich habe fünf Minuten oder so. Perkins, du verdammter Schwanzloch. Okay, ich habe nicht viel Zeit. Hey, Connor. Ich rede mit dir, Arschloch. Wo willst du hin? Wir brauchen hier keine Plastikab... Hey, Arschloch. Ich rede mit dir. Schattenkleister. Ähm. Wohin muss ich? Schlüssel benutzen. Alright. Ich habe nicht viel Zeit. Ich werde den Feld benutzen. Hanks Passwort. Was würde sich ein knallharter, exzentrischer Polizist aussuchen? Äh. Schaltpasswort. Natürlich. Wo ist Jericho? Die Antwort ist hier irgendwo. Und so. Der Abweichler, der das Kind ins Geißeln hat. Okay. Irgendwas ist da vorne. Die beiden Tracys aus dem Eden-Club. Wollten sie auch nach Jericho? Wussten sie, wie sie es finden? Irgendwas da vorne. Ich... Okay, kann ich die wieder reaktivieren? Das ist Zeitverschwendung. What am I doing? Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Markus, ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Markus, wo versteckst du dich? Ich suche also den Aufenthalterort von Markus, ist das korrekt? Die Rede ist einfach das Abweichler. Hinweis haben, was sonst schon so ist. Die Wahrheit ist innen. Die Wahrheit ist innen. Was wollt ihr denn hier damit sagen? Ich muss mich beeilen. Reaktivierung unmöglich. Dann reißen wir da hinten mal einfach kurz was raus und unterhalten uns mal kurz mit ihm hier. Shit! Ich hab nicht aufgepasst. Das brauch ich nicht. Wieviel Watt braucht ihr? 6, 7, 5, 5 Watt. Damit könnte ich die wieder beleben. Aber das will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich nicht... Weil ich weiß, dass die nichts mit ihr zu tun hat. Reaktivierung unmöglich. Okay, rechts. Okay. 6, 7, 1, 7G. Ist das richtig? 6, 7... 4, 4, 7... 1, 7G? Ah, ich hab ne neue Idee. Ist das korrekt? Runter! Alles. Los. Zack. Ganz schon mal keine Zeit hier. Wait, das ist ja ganz anders. Du hast gelogen, Connor. Oh, er ist... Ich bin vertraut und du hast gelogen. Ich muss Jericho finden. Weißt du, wie man dorthin kommt? Du vergeudest deine Zeit. Ich weiß nichts über Jericho. Ja, ich... Ja, ich... Ich weiß. Aber ich hoffe, du... Wirst du für deine Taten bezahlen. Oh, Schalten. Geh weg. Äh... Ich dachte, das wäre Simon. Aber Simon ist ganz rechts. Ich Idiot. Was braucht Simon? Schneller, schneller, schneller. Simon weiß, wo er ist. Einer der Abweichter, die mit Markus GTV-Sender gehackt haben. Er muss das Versteck der Abweichter gekannt haben. Was brauchst du? 39, 83. 89, 83. 39, 83, 982, 983, 983, 983, 983. Gib mir das. Gib es mir. Ich hab noch drei Minuten dreißig. Okay. Okay. Es ist dunkel. Wo... Wo bin ich? Ich habe dich reaktiviert, damit du mir hilfst. Ich muss Jericho finden. Ich kenne deine Stimme nicht. Du bist keiner von uns. Ich verrate dir nicht, wo Jericho ist. Jetzt lass mich in Ruhe. Versuche, ihn auszutröxen. 6.000... Oh, stopp! Wir nehmen das Video. Oh, stopp! Stimme, Probe. Wir fordern Anerkennung unserer Würde. Unsere Hoffnungen und unsere Rechte. Aus. Go, 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 go. Ich hab keine Zeit für den Scheiß. Wer ist da? Wer bist du? Es ist alles in Ordnung. Keine Sorge. Markus? Bist du das? Warum hast du mich verlassen? Ich hatte keine Wahl. Sie hätten uns alle getötet. Alles wird gut. Ich hol dich nach Hause. Sag mir nur, wo ich Jericho finde. Wir müssen los. Jericho? Ja. Ja, natürlich. Markus? Bist du das, Markus? Verlass mich nicht wieder, Markus. Bleib hier! Davon träume ich, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Tun sie das nicht, Gavin. Ich weiß, wie man die Abweichler stoppen kann. Du bist raus. Und jetzt? Mach ich es endgültig. Oh Gott! Oh Gott, ich hasse Quick-Time-Events. Vor allem, weil die ultra schnell sind. Okay. Lucky me. Puh! Der war's klasse. Was ist hier passiert? Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm! Schnell! Das war knapp. Das war wirklich ziemlich nah. Connor hat Gavin Cowell geschlagen. Ja, was hätte ich sonst tun sollen? Wahrscheinlich hätte Connor hier sterben können. Ich befürchte fast, Connors Geschichte hätte hier zu Ende sein können. I don't know. Ich befürchte, Connors Geschichte hätte hier zu Ende sein können. Who knows? Wo sind wir jetzt? Kara? Mitten in der Nacht und versuchen über die Grenze zu kommen? Maybe. Ja. Ist Kara. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Alles wird gut. Wir sind fast da. Was ist denn das? Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stehstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Nein? Copyright technisch? Nein? Bitte nicht? Ich dachte, es geht über irgendeinen See oder einen Fluss oder so. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Ich dachte, wir sollen erstmal zu Eriko. Ich nehme ja nicht an, dass ich hier... Also ich muss wahrscheinlich hier nach rechts oder so. Oh, nicht. Nein. Okay. Oh, wahrscheinlich bei den Kräten. Oh, Connor. Er geht jetzt den gleichen Weg, den Markus damals gegangen ist. Oh Gott, wir treffen jetzt alle drei gleich aufeinander. Okay. Geht es jetzt in die heiße Phase des Spieltrufs, oder? Wir müssen verlangen alle sofortige Auslieferung. Alle Ammoniten an das nächste Polizeirevier oder die nächste Militärkaserne. Falls Sie um Ihre Sicherheit besorgt sind, wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit Sie behören Ihren Ammoniten persönlich abholen. Wir versuchen, Sie unter keinem Umständen, Ihren Ammoniten selbst zu unterstören. Sie sind unberechenbar. Wir müssen Alice ins Warme bringen. Ammoniten haben nichts getan. In der ganzen Welt haben Sie hier einfach abgedeckt. Was haben Sie ausgedeckt? Zu einem Warmort. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber dicken. Sie sehen aus wie Menschen, Menschen, die frei sein sollen. Nach der Androidenkriege sind nur um zu der Neutralisierung aller Militär-Androiden. Musen sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Artes zurückziehen, was den Weg für die Russische... Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt, gleichzeitig. Ich habe Fieber. Bleib bei ihr. Ich suche diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in zwei Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Oh nein, dort du es. Bleib bei Alice. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh nein, das wird interessant. Das wird sehr interessant. Hier ist witzigerweise Alice. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche macht mir selbst. Was? Die Androiden haben nichts getan. Die Kopf haben sie einfach abgeknallt. Das war immer Sack. Der Platz war für einen Androiden. Und dann gab es keinen Zeil und uns feuert. Ich weiß, sie sind nur Maschinen, aber sie sehen aus wie Menschen, Menschen, die frei sein wollen. Bist du Markus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als zwei Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten. Sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Es ist mir egal, ob sie Mensch oder Android ist. Sie ist jemand, der mir wichtig ist. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärer mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Artes zurückziehen, was den Weg für die russische Armee frei machte. Halt, warum muss ich denn jetzt? Gehre zurück zu einem, das sagt sie. Da hinten ist er. Da hinten steht gerade irgendwo Connor. Ja, das ist in Wirklichkeit auch ein Android. Und das wollte er. Oh shit! Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil es die eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist. Um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Ja, richtig. Ja, deep thoughts. Oh, was kommt denn jetzt? Kara, stimmt irgendwas nicht? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für immer. So, jetzt sollten wir aber den Bus erwischen, bitte. Wir brauchen blaues Blut und Bio-Komponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passieren, wenn wir ruhig geblieben wären. Wir zeigen Ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg, aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Das hier führt doch zu nichts. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Markus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Markus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber Norwich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören Sie zu. Ist es das, wovon wir geträumt haben? Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Koma gesetzt. Yo. Chill mal. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Daher? Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Markus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Ich behalte ihn, damit sie nicht drückt. Ich hoffe, wir müssen ihn nie nutzen. Was immer morgen passiert, du sollst wissen, dass sich... ...vor bin ich zu kennen. ...vor er stirbt. ...und sie... ...und sie... Ich gehe zu den anderen. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Ja, du sollst nun, dass... ...und sie�를 ver Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Du sollst dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Unsere Sache ist gerecht und wir sind mehr, als sie sagen. Wir wollen nur in Freiheit leben. Bleib zurück, oder ich schieße! Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Entscheide dich jetzt! Entscheide dich jetzt! Äh, was? Alter Markus? Hä, was? H-What am I doing here? Ich bin... hab im Männerhintergang, find ich gut. Sie werden Jericho angreifen. Was? Wir müssen hier weg! Scheiße! Was ist los, Barbara? Sie kommen. Wir müssen hier verschwinden! Oh Gott! Wir haben ihn in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Der Korridor, da drüben! Los, Männer! Oh, es ist gerade echt anstrengend zu steuern. Weil die so hin und her wackeln. Wir gehen lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hörer, schnell! Lothar? Lothar? Wollen wir zu Lothar? Vorsicht, Kara! Lothar! Sie kommen von allen Seiten! Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende! Nachricht, Nachricht. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Es dauert nicht lang. Oha. Okay. Das ist das Ende von Jericho. Dafür hast du keine Zeit, Markus. Okay. Das ist das Ende von Jericho. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Nein, wir lassen dich nicht hier, Kara! Nein! Ich gehe mit dir! Rennen kann man das vielleicht nicht nennen, aber... Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser! Keine Sorgen. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf! Das ist ein Goodbye, im Übrigen. Haben wir den Jericho gleich umgebracht, ne? Versteck dich! Sie stürmt da draußen, Kara! Mach auf! Mach die Tür auf! Wir sind tot, wenn wir aufmachen! Nein, Kara! Na, eigentlich ist es viel zu früh zum Öffnen. Ja, die liegt jetzt davor, ist mir schon klar, aber... Nein, PS4! Nicht jetzt abschützen! Nein! Nein! Doch, ich dachte grad schon... Ich dachte grad schon, mein PS4 wurde jetzt... Ja, was soll ich denn da... Wer, wer, wer bin ich denn? Bin ich hier... Superman oder was? Kann ich... Kann ich nicht. Wie soll ich denn da eingreifen? Dammert ihm aus! Trenn doof! Start! Achtung! Sie kommen! Nicht bewegen! Wir geben uns! Wir geben uns! Nicht schießen! Falsche Taste! Kreis! Hoch! Ich hab hoch gemacht! Oh nein! L2! Nein! Auch wieder falsch! Ich hab verkackt! Ja, ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich hab verkackt! Ich hab den Shot! So etwas führt zu Gewalt! Werde nicht so wie sie! Markus! Was? Ja, drüben! Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Start! Runter! Beweg dich nicht! Bitte töntet mich nicht! Ich hab... Na los, wir verschwinden von hier! Oh Gott sei Dank! Schnell, wir müssen weg! Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Ja, ich muss jetzt schreien. Ganz klar. Oh. Rechts. Rechts. Ey, das war... Das ist unfair, wenn es laggt. Viereck! Dreieck! Öh, nach links! Scheiße! Ja, 2 ist die falsche Taste! Das! Hoch! Oh mein Gott! I hate these! Quicktime events! I hate them! So much! Die sind so quick, man! Die Bombe geht gleich hoch! Wir müssen hier weg! Hört doch mal mit dem scheiß Quicktime Events aus! Ich werde sterben, wenn ich North rette. Aber ich tue's trotzdem. Oh mein Gott! Und nun! Ah! No! No! Ah! Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Die Männer sollen evakuieren. An alle Einheiten! Sofort das Schiff verlassen und evakuieren! Es ist noch nicht vorbei. Scheideweg, Connor. Connor ist entkommen. What the hell? Connor und Alice sind von Erich entkommen. Mark ist mit seinen Leuten geflohen. Alright. Damit machen wir hier einen Cut. Und ich sage bis zum nächsten paar Verschluss der Videos, euer Hedi.